Musik Jetzt schalten wir noch den weissen Schritt Rechts vor, links, zurück Wer schon mal zwischendurch die Schlusspose üben möchte, machen wir das mal Wir heben die gefasste Hand- und Handflüche, wir lösen die Erwahrung, wir bleiben stehen, wir drehen sie einmal, wir gehen auf Abstand Little distance, he makes a bow, and she does a courtesy Wunderbar, das machen wir am Schluss, ja? To practice it for the end Ja, das hört sich jetzt schon an wie das Ende, aber Geduld! There is still time, still time Oh, ich glaube das wird jetzt Schlusspose, wir drehen sie Nochmal extra Nochmal extra Abstand, Verbeugung, Knicksalmusik Oh, und Applaus, wie viel großartig! Super! Jetzt wollen wir gemeinsam mal stolz sein Super!